Moin, ich bin Johannes F. Sottler bei der CDU-Fraktion und heute klären wir die Frage, was ist eigentlich ein Untersuchungsausschuss? Was genau ein Ausschuss ist, haben wir ja schon mal geklärt. Ein Untersuchungsausschuss ist aber ein besonderer und nicht ständiger Ausschuss. Es handelt sich um eine Art Kontrollinstrument des Parlaments, dass Missstände im öffentlichen Leben, Sachverhalte und Vorgänge mit Relevanz für das Parlament oder Fehlverhalten von Personen, zum Beispiel Abgeordneten oder Beamten, aufklären sollen. In Artikel 34 unserer Landesverfassung heißt es, der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Abgeordneten die Pflicht zur Aufklärung von Tatbeständen im öffentlichen Interesse, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Untersuchungsausschüsse tagen in der Regel öffentlich und sind befugt, die erforderlichen Beweise zu erheben. Alle Fraktionen des Parlaments sind entsprechend ihrer Fraktionsgröße vertreten. Nach Beendigung seiner Tätigkeit schließt der Untersuchungsausschuss mit einem Abschlussbericht. Im Gegensatz zur Enquete-Kommission sitzen im Untersuchungsausschuss nur Abgeordnete. In der Enquete-Kommission hingegen sind auch Experten, die kein Mandat innehaben.